Herzlich willkommen zur Challenge St. Pölten 2023 zum Race Movie hier bei Pushing Limits und ganz vorweg am Anfang erstmal, wo wir hier den Steg sehen, von dem gleich der Start erfolgen wird. Es gab ein bisschen Hochwasser anscheinend, also der steht fast ganz unter Wasser. Einen ganz herzlichen Dank an die Organisatoren von der Challenge St. Pölten und das ORF, die hier das Footage zur Verfügung gestellt haben, dass ich überhaupt irgendwie ein Race Movie schneiden kann und moderieren kann. Also da nochmal vielen, 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 vielen Dank. Kann man nicht genug sagen, dass wir uns da an dem Footage bedienen dürfen und dementsprechend das hier so zur Verfügung gestellt wird und ihr jetzt ein Race Movie schauen könnt. Genau, ihr seht schon unten den Start. Die Damen starten dieses Jahr zuerst. Die positionieren sich da gerade schon und machen sich fertig für ihren Start. Und bei den Mädels, diesmal ein bisschen besonders, 20 Minuten vor den Männern wird gestartet, sodass dann spannend wird, wann die Männer sie auf der Radstrecke einholen. Und ich habe schon mit Carol Lerida gesprochen, die auch im Rennen ist, die man hier sieht, an Position 3, wenn man von links schaut, mit der lilanen, rosa, lila Badekappe. Die hat mir gesagt, das war echt cool, weil das Rennen sehr, 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 sehr fair war bei den Mädels, weil eben nicht irgendwie die Age Grouper von hinten kommen und irgendwo große Gruppen sind und irgendjemand sich reinhängen kann. Also sie hat das als sehr, sehr angenehm und sehr cool empfunden, wo wir jetzt sehen, dass die Mädels sich hier ready machen, es gilt 1,9 Kilometer zu schwimmen und boom, da ist der Startschuss erfolgt. Alle Reihen ins Wasser 1,9 Kilometer zu schwimmen in zwei Seen. In St. Pölten das ist die Besonderheit, sprich man schwimmt hier jetzt in dem ersten See erst eine Runde. Dann gibt es einen Landgang über eine Brücke, über die später auch die Laufstrecke führt und dann wird in den zweiten See die zweite Runde geschwommen. Also die erste Runde ist 900 Meter ungefähr, glaube ich, lang und dann die zweite Runde nochmal eben, ja, die 900 Meter, dass wir dann, oder 900 irgendwas Meter, dass wir dann auf 1,9 Kilometer kommen. Steht zumindest so im Tracking, ob vielleicht der eine Seen ein bisschen länger ist als der andere, ich habe es nicht vermessen, ich weiß es nicht genau. Aber so waren im Leaderboard, stand 900 Meter Swim 1, 900 Meter Swim 2, komme ich nicht ganz auf 1,9, da fehlen mir noch 100 Meter, aber irgendwo werden die auch noch liegen. Was wir hier sehen, oben die Perspektive bei den Frauen, es sind nicht so viele am Start gewesen, wie ihr gesehen habt auf der Brücke. Das heißt, das entzerrt sich alles direkt und ganz vorneweg sofort das Tempo angezogen, hier hinterm Karajag Lotte Wilms aus den Niederlanden vom PEWAG Racing Team. Und an Position 2, 3 und 4 dahinter Anna Habo, Juli Lemolo und Caro Lerida. Anna Habo aus Dänemark, Juli Lemolo aus Frankreich und Caro Lerida aus Deutschland. Also das waren so, die man jetzt hier sieht, oben vorneweg Lotte Wilms, Juli Lemolo, Caro Lerida und Anna Habo, die sich so ein bisschen abgesetzt haben vom restlichen Feld. Und das schon direkt am Anfang, also das war jetzt hier rum um die zweite Schwimmboje und man sieht jetzt hinten rechts war im Hintergrund die zweite Schwimmboje. Und hier vorne geht es dann, also es wird in so einem Rechteck geschwommen, Lotte Wilms in kleinem Abstand und auch dann entzerrt es sich so ein bisschen, das Dreiergrüppchen oder zwei vorweg. Eine dahinter, wo es hier dann zum Schwimmausstieg geht, der da auf der linken Seite zu erkennen ist, bis dann wieder über die Brücke und in den zweiten See geht. Sonst noch am Start Lena Götzenberger, René Kille aus Australien und noch zu beachten, Dani Kleiser, noch nicht beim Schwimmen, aber eine sehr, sehr starke Läuferin und eine gute Radfahrerin. Also auch da aus deutscher Sicht müssen wir nochmal darauf achten heute, während Lotte Wilms hier schon den Sprung in den zweiten See gerade geschafft hat und sich auf den Weg auf die zweite Runde macht, wo dann jetzt die Männer ab auf den Steg gehen und schon im Wasser stehen, also das war quasi schon das Einschwimmen auf diesem Steg. Hab ich es auch noch nicht gesehen, richtig cool, sieht irgendwie witzig aus. Hier ganz vorne auch Sebastian Kille am Start, das kann man vorwegnehmen, der ist im Race Movie hier ja gleich fast nicht existent, wo man jetzt mit der Liederbadekappe Ruben zur Punke sieht, mit der gelben Nikolas Mann, also auch hier ein illustres, buntes Starterfeld. Zu Sibi Kiene vorweg, den sieht man im Livestream oder beziehungsweise jetzt dann auch dadurch im Race Movie nachher nicht mehr viel. Der hat eine Zeitstraße bekommen, hat dann auf Instagram gesagt, der hat das Rad weggeschmissen. Ich habe leider noch nicht mit ihm sprechen können, was da jetzt genau los war und warum er eine Zeitstraße bekommen hat, ob berechtigt, unberechtigt oder was halt passiert ist. Aber ja, so war es. Er wird hier keine Rolle spielen leider und dementsprechend auch wenig in diesem Race Movie stattfinden, falls den jemand sucht und sich fragt, ob er nicht auch hier war. Boom, da ist auch der Startschuss dann erfolgt bei den Männern und alle sind drin. Und ich wage eine wilde Prognose hier, weil wenn ich auf die Startliste gucke, Hannes Butters aus dem Erdinger Active Team, das ist der Überschwimmer. Ich sage, der kommt alleine vorneweg aus dem Wasser und der vielleicht noch mithalten kann, ist Christoph the Kaiser, auch aus dem PWA Racing Team, sowie Lotte Wilms, auch ein sehr, sehr guter Schwimmer aus Belgien. Und dann wird sich wahrscheinlich meiner Meinung nach eine Gruppe dahinter bilden. Man sieht das jetzt hier schon da in der Mitte. Das müsste Hannes Butters sein, der da die Pace macht. Und rechts mit der grünen Badekappe, der auch vorne mit dabei ist, Christoph the Kaiser. Das sind zumindest laut Papier hier die mit Abstand stärksten Schwimmer. Und die zwei sollten dann das Feld hier anführen. Genau, da sieht man es, die lilane Badekappe Hannes Butters mit dem Selfish Neo. Das ist genau der Mann, von dem ich eben gesprochen habe, der eigentlich, wenn er irgendwo beim 73 am Start steht, immer als Erster aus dem Wasser kommt und normalerweise auch als Erster mit Abstand. Richtig coole Bilder hier von der Drohne. Also beim Schwimmen finde ich diese Drohnenbilder einfach super beeindruckend und total cool, das zu sehen. Ja, wie einfach sich die Felder auseinanderziehen. Man kriegt einen guten Überblick. Da gibt es Krüppchenbildungen, schwimmt einer weg. Wer nimmt vielleicht auch einen falschen Kurs irgendwo, wo wir jetzt hier den Splitscreen sehen. Rechts Lotte Wilms, die bei den Frauen ein ganz einsames Rennen von Anfang an schwimmt und weg ist. Und genau, Hannes Butters, der auf der linken Seite zu sehen war. Und Lotte Wilms hat es jetzt geschafft, kommt hier raus aus dem zweiten See. Eine schöne Rampe gebaut. Als wir vor zwei Jahren da waren, war die Rampe aus dem See, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob sie auch schon da war. Wahrscheinlich schon. Also das Event, wie immer, St. Pölten, unfassbar gut organisiert. Unfassbar schöne Landschaft, kann man schon sagen. Also wenn ihr überlegt, dort zu starten, macht es auf jeden Fall. Und die Wechselzone, wenn ihr das ganz am Anfang aufmerksam aufgepasst habt, ist da links in dem Stadion drin. Da geht es jetzt hin. Also Richtung Stadion kurz vorher hängen noch die Kleiderbügel, die kann man sich rausnehmen. Und die Fahrräder stehen wirklich im Fußballstadion. Also eine richtig besondere, geile Wechselzone, was glaube ich, also ich kenne keine, wo im Fußballstadion die Wechselzone ist. Das ist meiner Meinung nach die einzige. Leider natürlich nicht ganz so gefüllt wie beim Fußball mit Zuschauern. Das wäre noch richtig geil. Aber ja, genau. Man sieht hier, Lotte Wilms beim Wechsel kann sich alle Zeit lassen. Hat alle Verfolgerinnen abgehängt. Und man sieht einfach einen ruhigen Wechsel. Hier kommt jetzt Anne Habo als Zweite aus dem Wasser, die sich dann auch ihren Schwimmbeutel schnappt. Und Julie Limolo hat man da gerade durchs Bild huschen sehen als dritte Frau, als vierte Frau. Caro Lerida, die sind dann wirklich so in der Gruppe fast zusammengeblieben, bis auf Anne Habo, die sich ein bisschen einen kleinen Vorsprung rausgeschwommen hat. Also Anne Habo 29 Sekunden dahinter, Julie Limolo 35 und dann Caro Lerida ist dann auf der zweiten Runde doch ein bisschen abgefallen nach dem Schwimmen mit 1.15 dahinter, wie ihr jetzt hier seht. Und dann noch, um die Top 7 hier komplett zu machen, Magalon, Teresas, Alexa, wahrscheinlich falsch ausgesprochen, habe ich da noch nicht gehört, den Namen, muss ich sagen. Dann Lena Götzenberger aus Deutschland, freut mich sehr auf Platz 6. Und Reni Kili, die ich eben schon angesprochen hatte, auf Platz 7 mit 3 Minuten 4 Rückstand nach dem Schwimmen. Und genau, so ging es dann bei den Frauen in diesen Abständen auf die Radstrecke. Und ja, eigentlich kann man sagen, alle Mädels hier schon alleine unterwegs. Und es gibt keine großen Grüppchenbildung oder großen Dynamiken. Das heißt, jede Frau hier auf sich selbst gestellt. Und da sind wir im Stadion, was ich eben schon gesagt habe. Ja, wie gesagt, die Zuschauer fehlen leider, aber trotzdem eine richtig, richtig coole Kulisse für eine Wechselzone. Und das vorne gerade war wieder Lotte Wilms im Bild von PWAG Racing Team und Anna Habo aus Dänemark, die jetzt hier als Zweite in die Wechselzone reinläuft. Und sich hier Rad schnappt und dann sich ebenfalls auch auf die Radstrecke macht. In St. Pölten, wer schon unser Race Movie von vor zwei Jahren gesehen hat, 2021, ist die Besonderheit. Es geht jetzt hier erstmal ein bisschen vom Stadion weg Richtung Autobahn. Und dann wird einfach ein Stück über die Autobahn geballert. Richtig geil, wenn wir hier die Heli-Aufnahmen vom Stadion sehen. Und genau, da sehen wir einmal links Lotte Wilms als Führende, die jetzt den Zubringer zur Autobahn nimmt, um dann auf der Autobahn richtig Gas zu geben in Aeroposition. Und auf der rechten Seite Hannes Butters, genau wie Lotte Wilms ein sehr, sehr einsames Rennen da an der Spitze schwimmt. Aber das war laut Papier zu erwarten. Und da ist er auch schon aus dem Wasser raus. Und zwar, das muss ich gerade hier mal schnell nachgucken, mit einer Zeit von 23, 48, 95. Also ein richtig starkes Schwimmen. Mal wieder von Hannes, ich nehme es vorweg, auf Christoph the Kaiser, der auch ein richtig guter Schwimmer ist. Und hier normalerweise in St. Pölten, wenn er am Start immer mit vorne aus dem Wasser kommt, hat eine Minute, zwei Rückstand sehen wir gleich noch. Im Leaderboard, während Hannes jetzt hier aus dem Wasser rennt. Wir gehen mal komplett auf die Reise mit. Zieht sich den Neo schon mal runter. Der Aero-Suit wird hier zugemacht. Also alles wird ready gemacht fürs Radfahren. Pulsgurt nochmal gerichtet, wie es aussieht. Oder der Suit nochmal ein bisschen gerichtet. Und dann geht es hier mit Riesenschritten Richtung Wechselzone. Und überall, ihr seht es, Teppich ausgelegt, abgegattert. Und man weiß genau, wo man her muss. Das ist einfach ein richtig, richtig gut und schön organisierter Wettkampf. Da werde ich mich wahrscheinlich nochmal zehnmal wiederholen jetzt hier in diesem Race-Movie. Und ich bin gespannt, wer in der Gruppe dann dahinter aus dem Wasser kommt. Also wie viel Rückstand die Gruppe haben wird um Ruben Cepunke und vor allen Dingen Nikolas Mann, der hier als Vorjahressieger aus Deutschland auch wieder am Start ist. Also super Wechsel von Hannes, sieht man den Neo, kann man nicht schneller ausziehen. Ist aber auch ruhig, wird nicht hektisch. Steckt ihn schön in die Wechselbeute. Startnummer nicht vergessen. Helm schnappen, aufsetzen und dann geht es ab in die Wechselzone, beziehungsweise auch für ihn ins Stadion. Und auch hier, man sieht es immer mehr bei fast allen Triathleten, diese Aero-Calfs unten, die schwarzen, die Anna hat. Ja, fast alle Athleten haben die irgendwie Windkanal getestet und es scheint so, dass sie bei wirklich fast jedem was bringen. Ich habe sie persönlich noch nicht getestet, kann da nichts zu sagen, aber es haben sich mittlerweile fast alle Athleten an. Selbst Jan Frodeno hatte sie an auf Ibiza, wo Nils natürlich ein bisschen fast vom Glauben abgefallen ist, der Style-Gott. Naja, wenn es schnell macht, sei es erlaubt. Aber ja, wie gesagt, fast alle Athleten mittlerweile mit diesen Aero-Calfs unterwegs. Die werden wir bestimmt heute noch bei dem einen oder anderen sehen. Und ja, Rad geschnappt, guter Wechsel von Hannes. Einmal komplett die Wechselzone mit ihm durchlaufen und hier kommt jetzt die große Meute. Alle schnappen sich den Beutel. Also das ist wirklich eine richtig, richtig große Gruppe, die da rausgekommen ist. Also nach Hannes Butters, ich habe es gesagt, Christoph de Kaiser mit einer Minute zwei Rückstand und dann eine Minute 23. Ruben Cepunke, Ben Sleeman 1,24, Nikolas Mann 1,27, Lukas Raphael 2,18. Und Johann Jönsson 2,34 und um die Top 10 noch fertig zu machen, Hola Luca 2,46 Rundstatt, Lukas Seifer 2,50 Rückstand und Lukas Hollhaus aus Österreich 2,52 Rückstand. Also da ist jetzt auf jeden Fall eine größere Gruppe unterwegs, die da auf die Radstrecke geht. Und hier sehen wir jetzt schon den Zubringer. Das müsste jetzt Lotte Wilms sein da unten. Da kommt sie aus unter der Autobahn her, fährt den Zubringer drauf und dann ist die Autobahn hier gesperrt. Und die Athleten fahren auf die Autobahn und schön in ihre Position und dann wird erstmal richtig einer weggeballert. Also ein Rennen, das alles hat. Wir haben es beim letzten Mal auch schon gesagt. Hier gibt es Passagen, die wirklich flach sind. High Speed, wie diese Passage auf der Autobahn und später nochmal unten an der Donau. Genau das Gleiche. Also für richtig starke Timetrailer, die eine gute Aeroposition haben, einen geringen CDA-Wert, also einen Windwiderstandswert, die sich klein machen können, die die Schultern ranziehen können, wenn wir Lotte Wilms sind. Und hier dann eben Caro Lerida, die sich hier jetzt schon die erste Frau schnappt mit der Nummero 3. Das ist die Julie Lemolo aus Frankreich. Die hat sie schon mal eingesackt. Damit müsste jetzt Caro auf Platz 3 sein. Lotte Wilms vorne und Anna Habo noch auf Platz 2. Und da sieht man Caro, absolutes Powerhouse auf dem Rad. Richtig coole, gute Aeroposition und drückt hier von Anfang an schon richtig drauf. Und hat hier die erste Athletin schon eingesammelt, bevor es von der Autobahn runterging. Und das ist das, was ich eben zu Ende führen wollte noch. Jetzt geht es nämlich so ein bisschen in die Weinberge rein. Also auch Anstiege hat das. Es ist so ein bisschen Erstdrückerpassage, Autobahn. Dann geht es in die Weinberge. Man sieht es hier wunderbar, wunderbar, wunderschön. Man hat gleich nochmal von oben so einen Blick auch auf die Donau runter, wo es dann hingeht, wo dann wieder ein Aeroabschnitt erfolgt, wo man wieder richtig drücken kann. Und dann geht es nochmal den letzten 5 Kilometer Climb hoch, wo nochmal wieder wirklich ein Berg ansteht, der den Bergfahrern und Fahrerinnen zugute kommt. Und danach geht es bergab wieder in die Stadt zurück. Und das ist die Radrunde. Also eine 90 Kilometer Loop mit allem dabei. Berge, Drücker, Aeropassagen. Wie gesagt, total abwechslungsreiche, schöne Radstrecke. Und Lotte Wilms hier genau in diesen Weinbergen, was ich eben schon gesagt habe, da unten sieht man an die Donau. Richtig cooler Blick und einfach so ein bisschen Urlaubsregion. Die Athleten und Athleten haben da natürlich jetzt überhaupt keinen Blick für, sondern konzentrieren sich auf sich selbst und schauen maximal runter, wie Lotte Wilms es gerade gemacht hat, auf den Tacho, auf den Garmin, um zu schauen, ob die Wattwerte hier in den Bereichen sind, in denen sie sein sollen. Also jeder Athlet und jede Athletin, wo wir hier Annes Butters sehen, der sich nochmal verpflegt, beziehungsweise seine Trinkblase vorne auffüllt für die Aeroposition. Das kann man immer super gut machen. Berghoch, bisschen kühl noch, um dann, wenn man wirklich in Aeroposition, wenn es um CDA-Wert, also um diese Windschlüpfrigkeit geht, dann in Aeroposition nicht mit der Flasche rumhantiert, weil dann ist natürlich alles langsamer und nicht so gut. Und berghoch, wenn man eh langsamer fährt, wo man eh wie Hannes hier Baseball fährt, da kann man solche Sachen super gut erledigen. Und genau, wo ich eben darauf hinaus wollte, jeder Athlet, jede Athletin, wenn ihr keine großen Gruppen oder Dynamiken sind, hat eigentlich die Werte, wo die Athleten genau wissen, die können sie fahren und die können sie drücken. Da schauen sie natürlich vor allen Dingen am Berg auch drauf, dass da gerade am Anfang jetzt am ersten Anstieg nicht überzogen wird, dass da noch genug Körner im Tank sind nachher für den Aero-Abschnitt an der Donau und vor allen Dingen für den zweiten Berg und fürs Laufen. Wo wir jetzt hier Titelverteidiger Nikolas Mann sehen, der hier auch im gleichen Anstieg wie Hannes Butters unterwegs ist, noch ein bisschen weiter unten. Und vor ihm haben wir noch ein paar Athleten gesehen. Nein, das müssten dann eben Christoph de Kaisa und wer müsste es noch gewesen sein? Christoph de Kaisa und Ruben ze Punke. Genau, Christoph de Kaisa und Ruben ze Punke müssen das gewesen sein. Nikolas Mann ganz kurz dahinter. Kann man jetzt auch schon vorwegnehmen. Wir sehen ihn heute noch ein-, zweimal, aber nicht mehr zu viel, der leider aussteigen musste. Auch der nächste DNF neben Sebi Kiene, nicht wegen Draftingstrafe oder irgendwas, sondern Nikolas Mann hatte noch vorher eine Erkältung, hat gehofft, es reicht. Aber leider, leider, leider hat er gesagt, wenn er in den roten Bereich gehen musste nach dem Rennen und hier in diesen Anstiegen wirklich drücken musste, dann hat die Lunge gefiffen und er ist aus Sicherheitsgründen einfach rausgegangen. Gesundheit geht immer vor und das ist natürlich absolut richtig. Wobei wir jetzt hier Hannes Butters nochmal sehen, der die Verpflegung mitnimmt, nochmal die Hände sauber gemacht hat oder trocken gemacht hat, um die Flasche nicht zu verpassen. Und hier sieht man auch wieder so ein Detail, woran man immer erkennt, dass der Veranstalter Ahnung hat und weiß, was er da macht. Die Verpflegungsstelle ist auf dem Berganstück, da wo man langsam ist, wo man gut Gels, Flaschen, alles annehmen kann. Es gibt manchmal Rennen, das verstehe ich bis heute nicht, wo man einen Berg hochfährt über die Kuppe und dann, wenn man schnell wird und jetzt hier so bergrunter, dann ist auf einmal auf der rechten Seite eine Verpflegungsstelle. Man ist schnell, kann die Flaschen nicht mehr greifen und sowas, liebe Veranstalter, verstehe ich nicht. Macht's wie die Challenge St. Pölten hier oben, kurz vor der Kuppe am Berganstück, da, wo jeder entspannt die Flasche greifen kann, das Gel greifen kann, was er auch immer braucht. Niko Mann fährt einfach vorbei, braucht nichts, hat noch genug im Tank, genug Verpflegung an Bord, aber ich habe es schon gesagt, wird später leider aussteigen. Und ja, hier gehen wir jetzt auf die rasante Abfahrt mit Hannes Butters, der sich erstaunlicherweise immer noch vorne hält. Ich hätte gedacht, dass am ersten Anstieg wahrscheinlich Ruben zur Punke schon rangefahren kommt, aber der Abstand nach dem Schwimmen war dann doch einfach zu groß mit einer Minute 23. Also das muss man auch erstmal wieder zufahren. Mal schauen, wie lange sich Hannes, der ja auch ein kraftvoller Athlet ist und ein Powerhouse, da vorne halten kann. Dann werden wir hier mit Niko Mann in die gleiche Abfahrt gehen und dazwischen liegen immer noch Christoph de Kaiser und Ruben zur Punke. Das heißt, wir sind hier mit Platz 4 aktuell unterwegs. Genau, hinter ihm kann ich auch nochmal kurz sagen, die sieht man jetzt hier leider nicht oder beziehungsweise die hinteren Plätze nicht wie gewohnt sonst bei unseren Race-Movies, dass ich ein Motorrad habe und mich einfach vorher zurückfallen lassen kann. Jetzt hier nicht wundern, kurz nochmal eine Unterbrechung, Hannes Butters auf der rechten Seite überholt. Gerade die erste Athletin, natürlich vor allem, also die Frauen sind ja 20 Minuten vorher gestartet. Das heißt, das war absehbar. Das müsste Gabrielle Obmann sein aus Österreich. Start Nummer 7, schaue ich nochmal nach, bevor ich Blödsinn erzähle. Das will ja keiner. Start Nummer 7 bei den Frauen. Nee, 8 ist Gabrielle Obmann. Ich meine, es war Gabrielle Obmann. Jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept raus hier. René Kili war es. Ha, Nummer 7, René Kili. War ich doch nicht richtig. Also gut, dass ich nachgeschaut habe. Also die Männer werden jetzt immer weiter hier die Frauen einsammeln. Und man sieht, die sind wirklich komplett allein unterwegs. Und das ist das, was Caro Liri da gesagt hat. Ein super, super faires Rennen für die Mädels auf dem Rad. Und bei den Männern sieht das im Moment genauso aus. Da ist keine Riesengruppe unterwegs. Jetzt hier hinten drei Mann. Das ist Nikolaus Mann. Ganz hinten Christoph de Kaiser, Ruben Zepunke und ganz vorne Hannes Butters, die jetzt auffahren, unten an dieser nächsten Drücker-Passage an der Donau, was ich schon gesagt hatte, an diesem Ero-Abschnitt. Und ja, wahrscheinlich hat Ruben da jetzt berghoch und auf der Abfahrt richtig Druck gemacht und zieht jetzt hier auch vorbei. Übernimmt auch die Führung, wie es zu erwarten war. Ruben Zepunke, ehemaliger Profi-Radsportler, Radfahrer, der einfach auf dem Rad eine Macht ist. Und ich habe mir mal auf Instagram, er hat seine Werte veröffentlicht für dieses Rennen, zwei Zahlen rausgeschrieben. Er ist 90 Minuten mit 359 Watt gefahren in diesem Rennen und 10 Minuten mit 427 Watt, wo ich vermute, dass diese 10 Minuten auf dem Berganstück, was wir nachher noch sehen, gefahren worden sind. Ich finde das 27 Watt. Also da richtig, richtig starkes und absolut abgefahrene Wattwerte, die Ruben da drückt. Und ja, er weiß, dass beim Laufen gerade so ein Nikolas Mann oder auch andere starke Athleten, die hier im Feld unterwegs sind, wie ein Lukas Hollhaus, die wirklich richtig, richtig stark rennen können, von denen muss er wegkommen. Das weiß er, da braucht er einfach ein paar Minuten, zwei, drei, vier Minuten Vorsprung, je nachdem, gegen welche Athleten er startet. Und die Karten will er natürlich spielen und nutzt seine Chance und versucht hier auf dem Rad richtig, richtig schnell zu fahren, zu ballern, um den Vorsprung, den er braucht fürs Laufen, hier rauszuholen. Um eben meinen Gedanken zu Ende zu bringen von vorhin, was ich sagen wollte, ist, dass ich nicht so viel hin und her springen kann oder wir nicht an einer Stelle stehen bleiben können und sagen können, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Athleten sind hier, sondern wir haben nur das Material vom Livestream zur Verfügung, die natürlich, um immer ein Live-Bild zu haben, mit zwei Kameras auf der Strecke waren, was dann natürlich meistens Frauen- und Männerspitze ist. Das heißt, von den Frauen- und Männerspitze wird es die meisten Bilder geben und dann ist noch eine Kamera, glaube ich, ja, zwischendurch mal so Floating unterwegs gewesen, dass man immer so, wie jetzt gerade auch mal den zweiten, dritten, vierten Platz einbänden kann. Aber hauptsächlich gibt es halt Bilder, wie jetzt hier vom führenden Mann. Die Führung hat gewechselt, wie ihr gerade gesehen habt, von Ruben Zepunke. Das nur kurz zu Erklärung. Genau, also, wir sind hier wieder auf der Flaschen-Drücker-Passage. Ruben, super gute Aero-Position. Das kann man erwarten vom E-Mail-Radsportler und einfach, ja, kraftvoll, schnell und gibt hier Gas und versucht eben die anderen Verfolger, um Christoph C. Kaiser, Nikolas Mann und dann jetzt eben auch noch Hannes Butters, der hinten drin hängt, in dieser Gruppe abzuhängen und Nikolas Mann muss jetzt hier schon, ja, abreißen lassen. Das sind wahrscheinlich dann, wie er gesagt hat, die ersten Anzeichen dieser vorherigen Erkältung, die er hatte, warum dann einfach das nicht funktioniert hat an diesem Tag. Leider, leider, leider. Ich hätte ihn gern racen sehen und ich glaube, er hätte sehr gute Chancen gehabt, seinen Titel zu verteidigen, weil er auch bei den Rennen vorher einfach unfassbare Leistungen schon gebracht hat und einmal ein richtig starker Athlet ist, also da kriegen wir in Deutschland noch einen richtig geilen, starken Nachwuchsathleten, den könnt ihr euch schon mal näher angucken, absolute Empfehlung, checkt auch immer Insta und so von den Jungs aus, Nikoman, folgt den auf Strava, also die sind sehr, sehr offen, veröffentlichen alle ihre Werte und schaut da einfach mal vorbei. Genau, und ich wollte eben nochmal sagen, weil wir die Athleten nicht alle immer zeigen können, wo wir jetzt hier Bilder von Caro Leerrieder sehen, die mittlerweile auf Platz 2 vorgefahren ist, also bei den Frauen, das müsste jetzt hier so irgendwas um Kilometer 60 sein, Lotte Wilms immer noch vorneweg, dann 2 Minuten 20 dahinter Caro Leerrieder, Julie Limolo, die sie überholt hatte am Ende der Autobahn, was wir gesehen hatten, eben 3 Minuten 17 dahinter und Reni Kili 4,38 Lena Getzenberger 5,07 dahinter, Anna Habo, die beim Schwimmen noch zweite war, 5,22 Gabriele Oppmann 7,31 Sarah Schönfelder aus Deutschland 7,34 Danni Kleiser, die ich eben schon mal angesprochen hatte, 10 Minuten dahinter und Lisa Gers auf Platz 10, 10 Minuten 0,3 dahinter und dann die Kleiser hat jetzt 10 Minuten, aber ich glaube, die kann auf jeden Fall ist so ein bisschen wie eine Anne Haug, die richtig, richtig schnell rennt und auf die können wir nochmal ein bisschen achten hier im Verlauf, bis wo es noch nach vorne geht, ich werde da immer mal so ein bisschen gucken im Live-Tracking hier das nachvollziehen, wo es war. Hier haben wir die beiden Führenden im Feld, Lotte Wilms links, Ruben, Punke rechts und hier gibt es schon wieder ein bisschen im Anstieg bei Lotte Wilms, das müsste jetzt schon zu diesem Zeitpunkt der letzte Bike-Anstieg sein, der bei, was ist es, 66,6 glaube ich, da ist die Zwischenzeit und ich glaube, die ist unten am Fuß von diesem Anstieg, da müsste es dann jetzt schon hochgehen bei ihr, sieht man zumindest nicht mehr Aero-Positionen unten an der Donau ist flach und danach kommt eigentlich nur noch dieser Anstieg, das heißt, die ist schon mitten in diesem längeren, letzten Anstieg drin und Ruben, genau, das ist er, fährt jetzt auch einen hier und man sieht schon vorne irgendeinen Athleten, noch einen Fahrer, das müsste dann wahrscheinlich Karol Lerida sein, genau, das ist Karol Lerida, die dann vor Ruben fährt, die er dann einholt, also sprich, die zweite Frau, der erste Mann fährt auf die zweite Frau aus und dann ist nur noch Lotte Wilms vor Ruben und wahrscheinlich, wenn er an diesem Zeitpunkt ist, an Karol anfährt, das sind noch zwei Minuten bis vorne, wird er auch die Lotte Wilms noch einsacken und als erster in die Wechselzone einfahren, aber ich finde das Format total gut, weil für einen Livestream, das fällt jetzt total auf, auch die Frauen viel einfacher und viel häufiger eingefangen werden können, wenn, genau, da hinten kommt Ruben, man sieht ihn jetzt da hinter die, in die Küche rumkommen, weil natürlich die Kameramotorräder, die jetzt bei den Frauen sind, auch dann die Männer einfangen, jetzt hat man zwei Perspektiven, also macht es für alle eigentlich cooler und alle haben mehr Footage, also sprich, Frauen immer 20 Minuten, 30 Minuten vor den Männern starten lassen, finde ich eine super gute Sache und wenn beide Startfälle am gleichen Tag sind, würde ich dafür plädieren, das so durchzuführen und man sieht, Ruben, der hier ja, wo ich gesagt habe, wahrscheinlich in diesem Anstieg mit 427 Watt hochgefahren ist, fliegt jetzt auch nicht an Karo vorbei, also da berghoch, ist Karo auch anscheinend richtig, richtig, richtig stark gefahren, das sieht bei Ruben jetzt auch nicht locker aus, dass er sich da in der Nase gebohrt hat und das hat echt gedauert, bis Ruben da an Karo vorbei war, da ist jetzt wieder was, was man clevererweise sieht, jetzt kommt auch die Verpflegungsstelle, aber auch wieder kurz oben vor der Kuppe, nochmal gut verpflegen, damit man dann gut hydriert in die Abfahrt starten kann und Karo kühlt sich jetzt hier schon, das heißt, das ist immer ein Anzeichen, wenn man das sieht, wenn Athleten sich Wasser drüber gießen über einen Helm, über einen Anzug, vor allen Dingen so im Nackenbereich, dann weiß man, es wird langsam warm und ja, das ist dann immer so ein Anzeichen, dass es auch spannend wird, ob noch irgendjemand überzockt beim Laufen oder ob da einfach gut gekühlt wurde, das ist jetzt so, so, so wichtig, beim Laufen merkt man es erst auf dem Rad, durch den Fahrtwind und so, das funktioniert immer noch, aber man muss trotzdem auf dem Fahrrad, wenn ihr merkt, es wird warm, immer kühlen, 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 das zahlt es dann nachher beim Laufen aus und Ruben ist jetzt hier, hat jetzt den letzten Anstieg geschafft und ist in der letzten Abfahrt und das wird jetzt wahrscheinlich schnell mit ihm, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr die Doku schon mal gesehen, auch bei uns auf dem Pushinimus Channel hier absolut zu empfehlen, der zweite Teil kommt jetzt bald raus, also am 9.6. 18 Uhr Release vom zweiten Teil, Ruben, wo er hier mit 72 oder 80 stand eben noch drauf, wahrscheinlich sind sie ein bisschen gedroppt, genau, ja, also irgendwas wahrscheinlich 75, 76 hier in der Abfahrt gerade unterwegs ist und dann noch wieder in Eroposition geht und bei 75, 76 noch treten kann, also Ruben hat einen dicken Gang aufgelegt, hat ein kleines Ritzel hinten, ein großes Ritzel vorne und drückt jetzt hier ordentlich drauf, um so viel Zeit, wie es nur eben geht, auf die starken, schnellen Läufer von hinten herauszufahren, damit er seine Karten, die er hat, richtig spielen kann. Das ist auch immer so eine Frage, die viele Athleten stellen oder die ich viel lese, wenn, ja, starke Radfahrer fahren die vielleicht auch manchmal zu hart und dann, die könnten auch vielleicht noch schneller laufen, wenn sie nicht so hart Rad fahren, alles richtig, aber die Frage ist immer, wie viel, oder, ja, was ist der richtige Wattwert, wie viel will ich investieren, kann ich investieren und wenn Ruben langsamer fährt, läuft er wirklich schneller und wie viel läuft er schneller, ist das 30 Sekunden, ist es eine Minute, fährt aber zwei raus, also das ist immer so ein Spiel, was nur die Athleten selber entscheiden können und auch wissen und da zu urteilen, wage ich mich jetzt gar nicht, also ich glaube, Ruben, der kennt seinen Körper schon ganz genau und weiß, ja, was er laufen kann, mit einem harten Radfahren und was da am besten ist, wo wir jetzt hier Lotte Wilms sehen, die wirklich komplett ein einsames Rennen an der Spitze führt, also quasi seit dem Start direkt weggeschwommen und komplett alleine unterwegs und, ja, jetzt hier bei den Zwischenzeiten mittlerweile 2,52 Vorsprung auf Platz 2 auf Caro Lerida und Julie Limolo auf 3, René Kili auf 4, Götzenberger auf 5, Anna Harbo auf 6, Obmann auf 7 und das bleibt alles noch so, ich gucke mal zu diesem Zeitpunkt bei den Männern, also beim Anstieg, wo wir jetzt auch schon oben drüber sind, gerade was wir bei Ruben gesehen und der in der Abfahrt war jetzt so ein kleiner Gegenanstieg, da haben wir Ruben vorne mit 1 Minute, eine Stunde sage ich schon, 1 Minute 40 dahinter, Christoph de Kaiser, 2 Minuten 50 dahinter, Hannes Butters, 4 Minuten 18 dahinter, Lukas Seifert, 4 Minuten 20 dahinter, Lukas Haulhaus, 4 Minuten 21 dahinter, Adriano Engelhardt, 4 Minuten 22, Raphael Lukacs, 4 Minuten 25, Tom Hook, 4 Minuten 29, Markus Tomschke, auch aus Deutschland und Lukas Stengel aus Deutschland, 4 Minuten 31, sprich, ja, 4,18 bis 4,31, das sind die Plätze 4 bis 10, da ist dann doch schon eine relativ große Gruppe unterwegs, wo wir jetzt hier gerade den Schuss sehen, was ich eben schon prognostiziert habe, dass Ruben wahrscheinlich auch noch die Lotte Wilms einholen wird und genau so ist es auch, er fährt hier am Berg auf sie auf, hat noch ein paar Meter, bis er auch dann Lotte Wilms eingesackt hat und dann als erster in die Wechselzone einfahren wird, das ist hier noch so ein kleiner Gegenhang nach dieser schnellen Abfahrt, die wir gleich gesehen haben und dann geht es wirklich nur noch ein kleines Stück runter und in die Stadt rein, nach St. Pölten und in die Wechselzone, also es ist nicht mehr weit bis zum Bike Finish. Genau, und da sehen wir es auch nochmal im Splitscreen, Ruben biegt hier schon links rein, wie ich gesagt hatte, das ist jetzt schon St. Pölten, er ist schon drin und Lotte Wilms ist auch schon fast da in den letzten Zügen, Ruben biegt hier jetzt schon ab in die letzte Zielgerade, müsste das sein, wenn er jetzt die Kurve hier links nimmt, dann kommt wahrscheinlich gleich der Gegenschutz von vorne, genau, und das ist die Zielgerade, da hinten sieht man schon die Banner, das ist schon der Torbogen, wo dann die Wechselzone endet, also raus aus den Schuhen, obwohl er hat noch die Gerade hier, genau, hier rechts ist das Ziel, dass die Besonderheit in St. Pölten, die Laufstrecke führt hier gleich auch links her, da habe ich mich gerade vertan, ich dachte, der Abstieg wäre schon hier, aber er fährt noch weiter, am Ziel quasi vorbei und dann ist das hier die Stelle, genau, Schuhe werden aufgemacht, wo Ruben dann vom Rad springen muss und ja, in die Wechselzone rennt und als Erster in T2 einbiegen wird. zack, runter vom Rad, Wechsel, alles gut gelaufen, perfekt gemacht und wie gesagt, er hatte schon einen großen, großen Vorsprung, ich schaue jetzt gerade mal, bevor wir gleich auch bestimmt nochmal die Zwischenstände sehen, aber ich kann es ja einfach schon mal durchgeben, genau, 3 Minuten 40 auf Christoph de Kaiser den Zweitplatzierten, also das ist schon, das ist schon ein richtiges Brett, was er da rausgefahren hat, das wird jetzt spannend, kann er das beim Laufen halten, sind 3 Minuten 40 genug oder wird das nochmal eng, also hier wieder im Stadion drin, eine Wechselzone in St. Pölten, das sieht noch rund aus bei Ruben, also humpelt nicht und sieht nicht so aus, als wenn er irgendwelche Probleme hat, ganz flüssiger Wechsel, Helme ab, unter den Arm geklemmt und die Wechselzonen sind hier schon lang, also das muss man sagen, auf jeden Fall aus dem Wasser raus und auch jetzt hier vom Rad abstellen, bis man überhaupt zum Wechselbeuteln gelaufen ist, wo man jetzt hier Lotte Wilms sieht, die als Zweite in die Wechselzone kommt, erste Frau, zweite Gesamt, so ist es richtig, nicht, dass jetzt hier Verwirrung entsteht und genau, da hat Ruben seinen Beutel, kippt alles aus, setzt sich hin, da können wir mal gucken, was es für verschiedene Techniken gibt, manche Athleten stehen im Stehen an, manche setzen sich hin, Ruben zieht sich Socken an, ist bei einer Mitteldistanz bei den meisten Athleten so, ein ganz paar Rennen auch ohne, ich glaube Christian Blumfeld oder Gustav Iden, einer von beiden, der rennt auch immer, was hat er hier gemacht, wollte er ohne Socken rein, entscheidet sich dann doch dafür, das wäre jetzt witzig gewesen, hätte er einen ohne Socken angezogen, einen mit, aus Zeitgründen, aber ja, schnelle Schuhe an, schnelle Socken an und dann geht's, ab, Helm rein, ganz ruhiger, entspannter Wechsel, keine Zeit verloren, aber auch keine gut gemacht, oh, hat er noch was vergessen, ne, gehört nicht ihm, da hat er Helfer ihn ein bisschen verwirrt, guckt ihn auch noch mal ein bisschen böse an, was sollte das, genau, dann geht's ab für Ruben Zepunke auf die Laufstrecke und wir sehen hier Platz 2, Karol Lerida, also Lotte Wilms, der biecht jetzt hier schon ein und Karol Lerida war auch schon auf dem Stück, das ging jetzt nur noch über die Brücke und dann da links ab auf die quasi Zielgerade zum Startziel Wechselbereichen, also Karo auch nicht mehr so weit weg von der Wechselzone hier, so, um es jetzt nochmal zu sehen, bei den Frauen, was ich gesagt hatte, Lotte Wilms als erste nach 2 Stunden 58 zurück, dann 2 Minuten 56, dahinter Karol Lerida, 6 Minuten 31, Julie Limolo, René Kille 6 Minuten 47, Lena Götzenberger 7 Minuten 20, Gabriele Oppmann 7 Minuten 29 und Sarah Schönfelder 8 Minuten 28. Und bei den Männern, Ruben Zepunke, wie ihr gesehen habt, als erster vom Rat, hatte ich eben schon gesagt, mit 3 Minuten 40 auf Christoph de Kaiser, 3 Minuten 49 auf Tom Hook, der auch ein richtig starker Läufer ist, 4.17 auf Hannes Butters, richtig starkes Rennen bis jetzt, Lukas Hollhaus 5.34 und die weiteren Platzierungen, Raphael Lukacs auf Platz 6, 5.36 und Adriano Engelhardt auf 7.5.39. Genau, und dann sehen wir Lotte Wilms beim Wechsel, wie sie sich ja auch Socken anzieht, also das werden wir wahrscheinlich bei fast allen Athleten sehen, wie sie sich die Socken anziehen, wir haben leider nicht Bilder und Bilder von allen Athletinnen und Athletinnen hier für den Wechsel. Wie ich schon gesagt hatte, Livestream ist immer bei den Führenden dabei, wie man jetzt schon sieht, hier bei Ruben Zepunke vorne, linke Seite, rechte Seite Lotte Wilms, also Männer, Frauen, beide eingeblendet jetzt hier, die Führenden und der Führende und beide auf der Laufstrecke, fast zeitgleich, nur ein paar Minuten nacheinander, also auch für die Zuschauer eigentlich total cool, wenn die Frauen ein bisschen früher starten, dann engt sich das alles so ein bisschen zusammen und man wartet dann nicht und bin gespannt, wie die Abstände dann im Ziel sind und wie lange da noch das ist, aber ich finde es echt cool, das ist das erste Mal, dass ich so aktiv das sehe und bin absolut überzeugt von diesem Konzept. Finde ich super, finde ich sehr, sehr gut. Ruben rennt raus als erster Mann und wie ich gesagt hatte, das sieht immer noch gut aus, verpflegt sich hier, kippt sich, kühlt sich runter, es ist heiß, die Sonne ist draußen, ihr seht es und das ist super wichtig jetzt bei den Temperaturen, dann einfach den Körper runter zu kühlen und die Maschine am Laufen zu halten. Also es sieht richtig gut aus bei Ruben hier. Ich bin gespannt, was das wird und was da am Ende für Ruben herausspringen wird. Hat gerade schon geguckt, Ruben guckt auch immer mal wieder zwischendurch auf seine Uhr. Das ist auch immer wichtig, wie beim Radfahren, was ich gesagt hatte, mit den Wattwerten von der Pace her, ist es einfach wichtig zu gucken, in welchem Bereich kann ich mich bewegen, die Athleten oder Athletinnen wissen das genau. Dritter Mann hier im Bild, das erste Mal Tom Hook, wie ich gesagt hatte, das sieht auch richtig, richtig gut aus und noch richtig locker. Also der ist hier mit sieben Meilenstiefeln unterwegs. Das sieht auf jeden Fall noch mal ein bisschen schneller aus als Ruben hier vorne und dann im Hintergrund hinten im grünen war Christoph de Kaiser zu sehen auf Platz zwei. Das heißt, Tom Hook hat Christoph de Kaiser schon überholt und Platz zwei bei den Frauen hier zu sehen, Caro Lerida, die drei Minuten hinter der Person, die jetzt im Bild des Lotte Wilms gestartet ist und auch hier. Also es muss richtig warm sein, die kippen sich hier alles drüber, was man sich nur drüber kippen kann in St. Pölten und ja, das ist immer so ein schönes Hitzerennen oder war dann anscheinend ein schönes Hitzerennen. Ich war leider nicht vor Ort und Hitzerennen kann ich gar nicht, muss ich sagen. Wir springen wieder an die Spitze bei den Männern. Ruben zu Punke ist hier schon in St. Pölten unterwegs. Ich glaube, das ist das Regierungsviertel. Ich hoffe, ich erzähle hier nichts, was falsch ist. Auf jeden Fall ist es die Innenstadt von St. Pölten. Das Stadion liegt so ein bisschen außerhalb. Man läuft dann am Fluss, an so einem Flüsschen entlang geradeaus in die Innenstadt, dreht da so eine kleine Runde und man sieht auch jetzt schon hier, die Laufstrecke ist dann am Fluss natürlich schön gerade und man kann richtig ballern, aber hier in der City ist sie richtig verwinkelt. Links, rechts, so ein bisschen hoch, runter. Also auch da für jeden was dabei. Technisch oder es gibt ja Leute, die mögen es nur geradeaus. Es gibt Leute, die mögen es, wenn es viel links und rechts geht, weil sie abgelenkt werden und sie ein bisschen aufpassen müssen. Also auch genauso hier wirklich für jeden was dabei. Und wenn ich Ruben versuche, so ein bisschen ins Gesicht zu schauen, der sieht eigentlich echt noch gut aus. Also ich bin gespannt bei dem Vorsprung, den er hatte mit drei Minuten. Das ist schon gut. Was vielleicht noch interessant ist, was ich gerade sehe, Christoph de Kaiser, Bike Finish, drei Minuten 40 hinter Ruben und zurück drei Minuten nur noch. Also fast 40 Sekunden gut gemacht und genauso auch Tom Hook, wo wir jetzt hier, oh, Karol Lerida steht, an Platz zwei steht und schüttelt ein bisschen den Kopf. Ich habe sie natürlich kontaktiert schon und sie hat gesagt, sie hatte einfach so derbe Seitenstechen beim Loslaufen, dass sie mal stehen bleiben musste, durchatmen musste und interessanterweise war es dann alles weg. Also ja, hilft anscheinend auch und wenn ihr das mal habt, vielleicht ist das ein guter Tipp von Karo, also wenn es euch direkt am Anfang der Laufstrecke oder irgendwas Seitenstechen da ist, ihr seht auch ein Profi-Athletin, bleibt dann einfach mal stehen, atmet durch, sammelt sich und läuft dann weiter und zieht weiter durch. Das ist auf jeden Fall schneller, als zu versuchen, mit zehn Kilometer Seitenstechen zu laufen oder Krämpfen oder sonst was. Also wenn da irgendwo was ist, nochmal der Tipp an dieser Stelle, einfach mal kurz stehen bleiben, versuchen das Problem zu lösen und dann kann es weitergehen und ja, jetzt seht ihr der Schritt von Karo hier ja auch wieder richtig gut aus und sie stiefelt einfach so weiter. So, da sehen wir im Splitscreen wieder die führende Frau rechts und Karo weiterhin auf der linken Seite und bei beiden sieht das noch richtig flüssig und gut aus und ich schaue jetzt einfach mal in den Live-Tracker, um zu schauen, wer dahinter ist und zwar ist das, oder machen wir gleich, machen wir erstmal hier, weil das jetzt eine interessante Szene ist, zweiter und dritter Mann zusammen, Tom Hook ist nach vorne gelaufen und vorbei an Christoph de Kaiser, also der hat den jetzt stehen lassen oder lässt ihn jetzt stehen hinter Christoph de Kaiser, Adriano Engelhardt und Lukas Hollhaus und alle rennen schneller aktuell als Ruben Zepunt gefahren und wenn die Pace so beibehalten wird, dann wird es für Ruben eng und vielleicht am Ende sogar nur noch Platz 4, also sind wir gespannt, hier jetzt Lukas Hollhaus, den ich eben angesprochen hatte, vom Skinfit Racing Team, ja, da auch noch sehr, sehr gut unterwegs, vor ihm sieht ihr Adriano Engelhardt, den Schweizer aus dem Keforma Performance Team und ja, das sieht bei denen noch richtig, richtig gut aus und wie ich gesagt hatte, wenn ich auf die reinen Splits hier schaue, sind die schneller unterwegs als Ruben C. Punke vorne und das könnte eng werden, also bei Kilometer 10,5 hat Tom Hoek auf Ruben zu Punke noch 17 Sekunden Rückstand, Christoph de Kaiser 1 Minute 18, Adriano Engelhardt 1,44 und Lukas Hollhaus 1,58 also das wird immer, immer enger, bei den Frauen gucken wir auch mal jetzt die Splits, wo ich eben schon hin wollte, Kilometer 10, wo wir jetzt hier die führende Lotte Wilms wieder sehen, Carol Lerida 5 Minuten 1 dahinter, die jetzt auch wieder hier im Bild ist, Gabriele Oppmann aktuell noch auf Platz 3 bei Kilometer 10,5 mit 7 Minuten 31 zurück, Dani Kleiser schon von Platz, jetzt muss ich kurz zurückspringen, wo sie beim Start des Laufs war, auf Platz 9 ist sie den Lauf gestartet, mit 11 Minuten 9 Rückstand, bei Kilometer 10 ist Dani Kleiser schon auf Platz 4 vorgelaufen, mit noch 8,42 Rückstand, also schon richtig viele Plätze gut gemacht, aber von der Zeit her von 11,04 auf was hatte ich jetzt gerade gesagt, da 8,42 also auch schon ordentlich was gut gemacht, aber ob es ganz nach vorne wird, das würde ich jetzt einfach mal bezweifeln, dafür läuft die Lotte Wilms auf jeden Fall zu stark, Gabriele Oppmann und Caro Lerida, Gabriele Oppmann wird sie glaube ich noch kriegen, wenn es so weiter geht, Caro Lerida wird richtig, richtig eng und Caro muss da richtig aufs Gas drücken, dass sie weiter vorne bleibt, wo wir jetzt hier schon sehen, dass es langsam eng wird für Ruben, den haben wir gerade hier im Splitskin über die Brücke gelaufen sind, über die jetzt Tom Hook auch gerade rüber läuft, sprich, das wird jetzt wahrscheinlich der Überholvorgang sein, das müsste dann so bei Kilometer, was ist es, 12, 13 irgendwie sowas gewesen sein, wo dann der Überholvorgang hier jetzt stattfindet oder zwischen 12 und 14 irgendwie so wird es gewesen sein, Tom Hook läuft hier in der Verpflegungsstelle an den führenden Ruben C. Punke ran und schauen wir mal, ob er direkt dran vorbeizieht oder ob er erstmal sich bei Ruben hinten ein bisschen reinhängt, auch mal durchatmet und dann gleich mit einer Attacke vorbeigeht, dass Ruben gar nicht überlegt, damit zu gehen, weil Ruben sieht auch noch frisch aus, also es ist nicht so, dass Ruben hier gebrochen ist, langsamer aussieht oder viel langsamer geworden ist, Tom rennt natürlich deutlich schneller oder ist bis jetzt deutlich schneller gerannt, aber wir sehen, er rennt auch nicht direkt vorbei, sondern er bleibt erstmal hinter Ruben, der wie gesagt auch immer noch einen richtig guten Schritt drauf hat und guckt sich das Ganze nochmal an und ich bin mal gespannt, ob er gleich eine Attacke setzt oder aber dann einfach doch langsam vorbeizieht. bleibt schon ein ganzes Stück dahinter, ich weiß jetzt nicht, ob Ruben angezogen hat, hier vorne links, der ins Bild kommt, nicht verwirren lassen, ist einer der ersten Age Group Athleten, der dann auf die erste Runde geht und die beiden Jungs hier sind schon auf der zweiten Laufrunde. Also entweder zieht Ruben jetzt hier nochmal richtig, ah jetzt geht Tom Hook hier neben Ruben, wahrscheinlich hat Ruben auch nochmal ihn bemerkt im Nacken und nochmal ordentlich angezogen und versucht da irgendwie gegen zu halten, aber jetzt ist der Überholvorgang abgeschlossen, Tom Hook ist vorbei an Ruben und es geht auch so wie es aussieht direkt so eine kleine Lücke auf, womit das glaube ich mit der bisherigen Laufspeed dann eine relativ klare Sache sein wird, dass Tom Hook hier vorbei ist an Ruben zu Punke und wenn ich dann nach hinten schaue jetzt mal der zweitplatzierte in der Tom Hook das ist dann jetzt klar Ruben aber danach sind dann auch 1,35 auf Adriano Engelhardt Lukas Hollhaus hat 1,58 also ja es könnte wir könnten hier den Sieger jetzt sehen vom Challenge an Pölten 2023 vom Omnibiotic Power Team also das wird ganz eindeutig Ruben ist da geschlagen was Platz 1 angeht und ja muss jetzt Gas geben da hinten im Hintergrund sieht man ist das Christoph de Kais ah nee das war der das war der Agegroup Athlete da habe ich mich gerade selbst pfifferen lassen mit dem Grün im Hintergrund das wäre jetzt auch krass gewesen der hatte dann doch ein bisschen mehr Rückstand schon zu diesem Zeitpunkt ich schaue mal kurz in die Zwischenstände bei Kilometer 16,9 das müsste nämlich gleich irgendwo so diese Stelle sein wo wir hinspringen genau jetzt im Bild Adriano Engelhardt Tom Hook genau auf 1 bei Kilometer 16,9 Adriano Engelhardt das darf ich noch nicht verraten das haben wir noch nicht gesehen ich bin noch ein bisschen zu früh schauen wir gleich drauf wir sind noch bei Kilometer 14 er ist hier wo Lukas Hollhaus jetzt genau vorbeiläuft an Christoph de Kaiser den ich eben meinte erkannt zu haben im grünen Pewak Dress Carol Ereda jetzt hier durch die Startzielgeräte gerade das heißt die geht jetzt auch hier auf ihre zweite Runde und ist immer noch auf Platz 2 unterwegs also bei den Frauen hat sich noch nicht viel getan Lotte Wilms auf 1 Carol Ereda auf 2 und es gibt noch eine Änderung was ich eben schon angedeutet habe dann die Kleiser mittlerweile auf Rang 3 vorgerannt also die kommt immer näher an Carol Ereda ran Lotte Wilms hat einen komfortablen Vorsprung von 6 Minuten 29 Caro Leereda dahinter und dann mit 7 41 gefolgt also nochmal etwas mehr als eine Minute Minute 10 dann die Kleiser also das wird für Caro ganz ganz eng da wird es wahrscheinlich noch einen Kampf um Platz 2 und 3 geben wo wir jetzt das sehen was ich eben sagen wollte was ich schon fast verraten hätte mit meinem Zwischenstand bei Kilometer 16,9 der müsste nämlich jetzt irgendwo hier kommen Adriano Engelhardt geht vorbei an Ruben Cipunke und wir haben jetzt quasi eine neue Reihenfolge Tom Hook auf 1 Adriano Engelhardt auf 2 und Ruben Cipunke auf 3 wobei ich jetzt schon mal vorweg nehme bevor das nachher im Ziel zu eng wird Adriano Engelhardt läuft zwar ins Ziel ein wird aber später noch disqualifiziert weil er eine Zeitstrafe auf dem Rad bekommen hat die er nicht abgesessen hat also ich habe es auch nur so gelesen bei Insta bei ihm es gab noch keine Begründung warum ob er die nicht gesehen hat oder ich habe da auch keine Insights leider aber auf jeden Fall wurde er eine Stunde nach Zielanlauf disqualifiziert wo wir jetzt hier Lukas Hollhaus sehen der durch die Verpflegung ballert und sich alles was er kriegen kann und vor ihm da läuft einer da hat er sich schon einen zurechtgelegt und das ist genau wie ihr euch vermuten könnt wie ich schon mal gesagt hatte am Anfang Ruben Cipunke das heißt hier wird jetzt eigentlich Ruben überholt wäre dann nur noch Vierter aber eigentlich habe ich ja schon verraten ist er Dritter weil wie gesagt Adriano Engelhardt wird disqualifiziert wegen nicht abgesessener Zeitstrafe also wäre nochmal interessant irgendwann zu erfahren ob er das wusste und das bewusst nicht gemacht hat oder ob er die Karte einfach nicht gesehen hat oder der Kampfrichter nicht deutlich genug gemacht hat dass er eine Zeitstrafe hat das kann man bestimmt irgendwann nochmal bei ihm nachlesen in sozialen Medien und genau Tom Hook war jetzt gerade nochmal zu sehen Adriano Engelhardt aber auch ein unfassbar schneller Läufer also wie man sich das ansieht hier die sind richtig richtig gut unterwegs leider passen die Live Paces hier nicht mit Minuten pro Kilometer sonst hätte ich das mal durchgegeben da gab es anscheinend irgendwo einen Fehler in der Messung da steht jetzt gerade aktuell zwei Minuten eins pro Kilometer was ein bisschen schnell wäre dann wären sie noch schneller als Elliot unterwegs aber hier haben wir jetzt mal schön im Splitscreen die beiden neuen führenden Lotte Wilms wie immer wir haben uns schon dran gewöhnt heute den ganzen Tag alles einfach von vorne und rechts Tom Hook der bei den Männern jetzt geführt und da haben wir jetzt erstmal Dani Kleiser im Bild die Gabriele Obmann hier gerade stehen lässt und ich hab's gesagt die kann richtig rennen und das sieht man jetzt hier auch im Video sagt hier eine Athletin nach der anderen auf der Laufstrecke ein und arbeitet sich immer weiter nach vorne und das wird noch richtig richtig spannend also von Rank 9 gestartet mal gucken wie weit es noch nach vorne geht und hier sehen wir schon Tom Hook läuft ein das Stadion war in Sichtweite und er hat jetzt glaube ich auch schon selber realisiert das Ding dreht sich nochmal um zur Sicherheit kann ihm keiner mehr nehmen nur noch einmal da hinten rechts um die Ecke und dann hat er die Challenge zu St. Pölten lässt sich hier schon feiern und abklatschen 20-23 gewonnen auf jeden Fall ein Überraschungssieger hatte ich vorher nicht so auf dem Schirm dass er so stark ist und hier so ein geiles Rennen hinlegt und ja auch noch 3 Minuten 49 hatte ich glaube ich ich schaue gerade nochmal schnell nach 3 Minuten 49 genau die ja Rückstand hatte auf Ruben Zeppunkel nach dem Radfahren wieder rausläuft also richtig richtig starkes Rennen und richtig stark von Tom Hook 2. Platz Adriano Engelhardt der wie gesagt ja disqualifiziert wurde dementsprechend seinen 2. Platz wieder abgeben musste und der neue 3. Platz ihr habt eben gesehen Lukas Hollhaus vorbeigelaufen an Ruben Zeppunkel dementsprechend 3. 2. und auf Platz 3 dahinter folgt dann nachher Ruben Zeppunkel der ein bisschen enttäuscht ins Ziel einläuft natürlich gleich weil er dachte er ist 4. aber 3. Platz ich glaube das ist auch für Ruben ein versöhnlicher Saison-Einstieg und Treppchen ist ja immer so das Minimalziel bei den Jungs da sieht man Ruben er ist absolut fertig hat alles gegeben schaut sich nochmal um nicht dass noch wer von hinten kommt Anzug zu und ja dann geht es hier auch für ihn ins Ziel wie ich schon gesagt habe er denkt er ist 4. deswegen wahrscheinlich so ein bisschen verhaltener der Jubel ich glaube über den 3. Platz und im Zielanlauf als 3. hätte er sich nochmal deutlich mehr gefreut 5. wird Christoph de Kaiser 6. Will Draper 7. Raphael Lukacs 8. Markus Tomschke 9. Colin Zuc und 10. Benz Lehman und ja das war es bei den Männern die Challenge St. Pölten und dann springen wir hier nach den Ergebnissen nochmal schnell zum Frauenrennen und schauen uns an wie da der Kampf ausgeht also Lotte Wilms ist glaube ich mittlerweile für alle sowas von klar die legt hier einfach einen Start Zielsieg hin sowas von beeindruckend weggeschwommen weggefahren weggelaufen und in komplett souveräner Manier das Ding hier zu Ende gebracht und ja kann man nichts kann man nichts sagen ganz 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 stark und wir springen rüber Kampf um Platz 2 und 3 dann die Kleiser ist sie nochmal rangekommen oder nicht und da sehen wir es auf der Brücke das ist wirklich Déjà-vu zum letzten Jahr genau hinter dieser Brücke also 500 Meter weiter hat letztes Jahr Anne Haug Immo Simmonds noch abgefangen da ging es dann um den Sieg aber wirklich hier 2 Kilometer oder 1,5 Kilometer vorm Ziel Dani Kleiser vorbei an Carol Lerida und die freut sich richtig die hat richtig Bock richtig richtig gut und ja starkes Rennen von Platz 9 nochmal vorgelaufen auf Platz 2 mit jetzt 7 Minuten Rückstand 7 Minuten 23 Rückstand auf Lotte Wilms Carol Lerida ganz kurz dahinter man sieht sie jetzt hier schon also das war wirklich fast nochmal ein Ziel Sprint Carol Lerida die sich richtig über Platz 3 gefreut hat und das freut mich persönlich auch richtig für Carol dass sie ein richtig geiles Rennen gemacht hat und einen Podiumsplatz absahen könnte und dann kommen wir nochmal zu den Ergebnissen hinter Carol Lerida die 7 Minuten 43 dahinter ist Gabriele Oppmann mit 8 17 Lisa Gers mit 9 53 Sarah Schönenfeller 12 41 und Lena Götzenberger 13 49 ja nochmal ganz 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 großen Dank hier am Ende an die Champions Lang Pölten und das ORF dass wir das Footage hier nutzen durften und ja war jetzt relativ kurzfristig ich hoffe das nächste Race Movie wird wieder irgendwo zu zweit moderiert war für mich jetzt auch erst mal so lang alleine zu moderieren ich hoffe ich habe es trotzdem irgendwie halbwegs spannend hinbekommen und euch hat es gefallen see you in the next one das 4 1 4 4 2 5 Vielen Dank.